es ist leider genau das passiert was selten passiert aber doch ab und zu passieren kann uns ist die sim karte von der hauptkamera ausgefallen und die kleine karte bekomme ich in die panasonic nicht rein das heißt heute gibt es vom anstieg leider nur aufnahmen von der action cam wir sind hier mitten in der hunderscharte wie man sehen kann skywalk klettersteig schwierigkeitsgrad e eine leichte herausforderung einmal ein anderer weg auf dem dach stehen bin gespannt euch der gefällt und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020